Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal einen fetten Cheat Day von mir. Ihr wisst ja, dass vor kurzem die FIBO war und ich habe so eine kleine Diät vor der FIBO gemacht. Das heißt, ich habe mich ein bisschen zusammengerissen und auf einiges verzichtet. Aber heute ist das genaue Gegenteil der Fall, denn heute werde ich mir alles gönnen, worauf ich Bock habe. Pizza, Chips, Popcorn, alles mögliche, Eis. Also ich freue mich richtig drauf und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit Frühstück. Viel Spaß beim Video. So, zum Frühstück gibt es jetzt bei mir hier diese Nougat Bits. Die habe ich als Kind immer total geliebt und fast täglich gegessen. Dann gibt es hier noch von Alpro so eine Sojamilch mit Schokogeschmack. Die schmeckt richtig, richtig geil. Probiert die mal auf jeden Fall aus. So sieht das aus. Dann noch ein Croissant, was ich hier mit der Proteincream von Foodspring esse, weil die schmeckt einfach genauso wie jeder andere im Schokoaufstrich und ich hatte jetzt keine Lust, irgendwas anderes zu besorgen. Mit Sky FSG bekommt ihr nochmal 15%. Diese Proteincream ist echt der Shit. Also jeder liebt die wirklich. Und meine Lieblingsmarmelade hier von Frutissima noch dazu. Was ich auch noch richtig gern mag, ist hier so Mango-Saft. Den gönne ich mir auch. Das trinke ich normalerweise nicht so oft, weil das sehr viel Zucker hat. Aber heute kann ich mir alles gönnen. Oh, ich habe diese Nougat Bitch schon so lange nicht mehr gegessen. Ich finde, die schmecken aber immer ein bisschen besser, wenn sie erst so ein bisschen in der Milch schon so länger drin waren und nicht mehr ganz so kross und nicht mehr ganz so hart sind, sondern so ein bisschen eingeweicht. Ich finde, da schmecken die immer viel, viel besser. So, ich habe mir jetzt gerade Donuts geholt. Hier sechs Stück. Bisschen dumm, dass die irgendwie nicht so geil verpackt sind. Aber ich zeige euch die jetzt mal. So sieht das aus. Ich würde aber sagen, ich zeige euch die später zu Hause nochmal richtig. Also, wenn das mal kein geiler Donut ist, dann weiß ich auch nicht. Die Donuts werden wir aber erst zu Hause essen, weil ich hole jetzt erst mal den Julian von der Uni ab und dann gehen wir gemeinsam zu Five Guys und da werde ich mir wahrscheinlich dann so einen geilen Milkshake holen. Da kann man ja irgendwie so verschiedene Geschmäcker miteinander mixen. Ob ich mir einen Burger hole, weiß ich noch nicht so genau, weil irgendwie finde ich die vegetarischen Burger bei Five Guys nicht so geil. Ja, aber mal schauen. Vielleicht hole ich mir noch Pommes. Bis gleich. Juhu, wir sind da. Eine Pommes, ähm, gesalzen, bitte. Und ein Veggie-Sandwich. Wie ist das? Äh, ja, mit Knoten. One Cheese Veggie! Also, ich habe mir jetzt hier einen Milkshake geholt mit gesalzenem Karamell. Dann habe ich mir so eine Lift geholt, eine kleine Portion Pommes und einen Veggie-Burger. Letztens habe ich den kalt gegessen. Ich glaube, den muss ich heute auch wieder kalt essen, wenn wir so lange brauchen mit Filmen und allem. Aber die Milkshakes kann ich euch wirklich empfehlen. Also, die sind echt richtig gut. Schmeckt irgendwie wie McFlurry, nur als Milkshake. Ja, auch mal probieren. Boah, schmeckt schon geil. Boah, die Milkshakes sind richtig geil. Ich habe Schokolade, Erdnussbutter, Oreo. Boah, Digga, wie geil. Schmeckt wie ein flüssiges Snickers. Das ist ganz gut. Ich mag irgendwie keine Pilze. Oh mein Gott, Leute, ich bin so voll. Oh, das haut so krass rein, vor allem dieser Milkshake. Wobei ich sagen muss, ich fand den Burger gar nicht mal so geil. Also die Pilze, das hat mir irgendwie nicht so getaugt. Aber dafür war der Milkshake richtig cool. Und ja, wir gucken jetzt hier noch ein bisschen rum in den Arkaden. Gehen ein bisschen shoppen und dann sehen wir uns wieder zu Hause. Zu Hause angekommen, auf der Couch, gibt es jetzt für mich diese Dinger. Und zwar sind das Salted Caramel und Vanilla Popcorn. Das sind meine absoluten Lieblingspopcorn. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt im Supermarkt. Aber bei uns gibt es eigentlich, ja, es gibt eigentlich nur die mit Salted Caramel. Hm, die sind so geil. Während ich jetzt mein Popcorn esse, werde ich jetzt noch irgendwas am Laptop machen. und dann sehen wir uns, wenn die Pizza da ist. Weil die habe ich gerade bestellt und die sollte so in 40 Minuten oder so da sein. So, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt mal die Pizza. Also das hier ist übrigens eine Pizza Margherita mit Rucola und mit Trüffel. Ich liebe Trüffel. Hm, schmeckt wirklich richtig geil. Also ich verstehe nicht, wie kann man ein Team Burger sein? Ich bin auf jeden Fall Team Pizza. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Team Pizza oder Team Burger seid. Würde mich echt mal interessieren. So Leute, jetzt ist es Donut Time. Julian hat leider schon eine aufgegessen, wie ich hier sehe. Aber das war eh der unfanzieste von allen. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal alle, oder? Ich finde, der und der hier sehen am coolsten aus. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Gebt euch mal diese Dinger. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen zu viel für mein Cheat-Deal gekauft. Ich habe mir noch hier diese Milka-Dinger gekauft. Dann habe ich mir hier noch so Chips gekauft. Dann habe ich noch Cut Yes. Und dann habe ich noch Ben & Jerry's. Und dann habe ich noch ein Vanille-Pudding mir geholt. Ich bin hungrig einkaufen gegangen. Das sollte man nie machen. Dann machen wir es jetzt über Netflix. Du entscheidest jetzt, was wir essen. Okay, wir essen das Ben & Jerry's. Die Zuschauer haben gerade entschlossen, dass wir das Ben & Jerry's essen, Sophia. Nee, ich schwöre es dir. Die haben gerade abgestimmt in dem YouTube-Video, dass wir Ben & Jerry's essen sollen. Das war irgendwie so eine obere Macht, die das jetzt bestimmt hat. Ich brauche jetzt plötzlich Ben & Jerry's. Hier, ich habe mir noch so ein Ben & Jerry's Peanut Butter Cup geholt. mit ein ganzes und so ein feinster Pudding mit Bourbon-Vanille von Mövenpick. Heute ist der Cheater. Ich muss ja nicht alles essen, zum Glück. Aber ich will alles zumindest probieren. Hm, aber die sind geil. Ich liebe ja so Kesselchips. Diese Pringles mag ich überhaupt nicht. Das ist ja so eine Pampe. Schmeckt mir gar nicht. Wir können ASMR machen. Haha, soll ich machen? Haha, du isst aber nicht so sexy. Badmoss ASMR bei The Fair Sky. Peanut Nuggets, die, die gönnen zu fiersig immer. Da gibt es nicht viel ASMR. Nein, nee, du musst nicht immer ASMR machen. Dein Geschmack sind, muss er nicht immer hören. Der ganze Zucker macht mich gaga. Ja, okay. Und was sagst du jetzt? Schmeckt's? Ja, schmeckt gut. Was ist deine Lieblings Ben & Jerry's Sorte? Die hier. Das ist? Peanut Butter Cup. Und wir hatten auch mal eins mit so einem Swirl drin. Das war auch richtig geil. Das war, glaube ich, Caramel Coffee mit Marshmallow oder irgendwie sowas. Aber wo gibt es das? Gibt es das in Deutschland? Das war auf jeden Fall richtig geil. Das war richtig heftig. So, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wir werden jetzt noch kurz den Film hier gucken. Ist bis jetzt ziemlich interessant. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ich öfter mal so ein Cheat-Day oder so machen soll, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich super freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out. Outro